Grüßt euch! Ihr seid auf dem FV YouTube Channel heute wieder mit einem Review von Begadi und zwar das ICS M1 Garant. Nach dem Intro geht's los! Wir beginnen hier wie gewohnt unser Review mit der Verpackung, wie die Waffe zu uns kommt. Die Verpackung ist hier sehr schön gehalten. Wir haben einen schwarzen Grundkarton mit dem Abbild der Waffe und der Typenbezeichnung. Im allem anderen ist es optisch sehr gut gelungen. Auf einen Blick in den Karton fällt zuerst auf, dass die Waffe relativ gut in einem Plastik-Inlay geschützt ist. Im Lieferumfang integriert ICS typisch ein Päckchen Kugeln mit zwei Sicherungen, einen Stab-Speedloader, zwei Magazine, eine Gebrauchs-Bedienungsanweisung und natürlich die Waffe selbst. Schauen wir nun schnell zu ein paar Real Facts von der Waffe. Die Waffe ist ein Gasdrucklader im Zylinderverschlusssystem und wurde seit 1936 bis 1957 von der Firma Springfield hergestellt. Die Waffe benutzte das 30-06 Springfield Kaliber. Verwendung fand diese Waffe vor allem im 2. Weltkrieg, an der Seite der US- und auch der britischen Streitkräfte. Sie wurde aber auch über den 2. Weltkrieg hinaus noch eingesetzt. So fand sie Verwendung im Korea-Krieg und teilweise auch vereinzelt noch im Vietnamkrieg. Typisch für das M1-Garant war das Nachladegeräusch, wenn die 8 Schuss aus dem Patronenlager verschossen worden sind, ertönte beim Auswurf des Ladestreifens das Klassische. Genau. So, nun genug vom Real Steel von der Waffe, gehen wir rüber zur Airsoft-Waffe. Der Hersteller hier ganz klar ist ICS, wie im Intro schon angesprochen, der Importeur in dem Fall bei uns, Begatti. Das Hot Bob ist einstellbar, die Materialien hier Metall und natürlich Echtholz, aber dazu später beim Body Parts mehr. Magazine sind im Lieferumfang 2 Stück integriert, 2 Low Caps, A70 Schuss. Die Energie, die hier vom Hersteller bzw. Begatti angegeben wird, sind 1,7 Joule. Das haben wir natürlich im Schusstest für euch nachgekronen. Die Gesamtlänge der Waffe liegt bei 1100 Millimeter, das Gewicht bei 3500 Gramm. Der Preis für die Waffe sind doch stolze 469 Euro. Kommen wir nur zu den Body Parts von der M1 Garant. Dafür hole ich euch wie immer näher an die Kamera. Von außen macht die Waffe auf jeden Fall ziemlich was her. Wir haben Metall Außenlauf, genau so das Kon- und das Untergestänge, eine Echtholzabdeckung des Laufes, darunter Stahlösen für den Sling. Weiterführen mit einem Echtholzschaft genauso wie einer Echtholz-Oberschaftabdeckung. Weiter hinten dann der Metall Abzug und der Upper Receiver aus Zinkdruckgruß gefertigt. Am Schaftende finden wir auch noch eine Metallabdeckung. Kommen wir nun zum Magazin einsetzen. Das Magazin wird von unten in die Waffe eingesetzt, bis es hörbar klickt, einrastet. Zum Auswerfen oben am Hauptgehäuse den Bolt-Catch drücken und das Magazin nach unten herausziehen. Kommen wir nun zu den Markings. Die Markings sind schön aufgebracht. Unterhalb der Kimme befindet sich das traditionelle M1 Garant als Artikelbezeichnung, Begadi Kaliber 6mm BB und das F im Fünfeck. Ebenfalls auf dem Hauptgehäuse hinter der Kimme, schön eingelassen, noch zu sehen US Rifle Kaliber 30 M1 Springdale Army und eine fortlaufende Seriennummer. Kommen wir nun noch zur Visierung. Die Visierung ist bei der Kimme hinten einstellbar in der Breite und in der Höhe. Das Korn jedoch vorne ist starr und nicht einstellbar. Das Hop-Up wird an der Oberseite eingestellt. Da du den Bolt zurückziehen, dann offenbart sich schon das Hop-Up-Rädchen. Durch drücken des Bolt-Catches bleibt dieser auch in der hintersten Position. Widmen wir uns noch schnell dem Akkufach. Das Akkufach ist im Stock untergebracht. Durch öffnen wir eine kleine Klappe, offenbart sich schon der Tamiya Mini Stecker. Kommen wir nun zu den inneren Werten der ICS M1 Garant. Hierfür verzichte ich aber diesmal auf das Aufschrauben der Gearbox, sondern bediene mich an den Bildern von Begadi zum Inneren der Gearbox. Grund ganz einfach dafür, bei ICS gilt prinzipiell nicht zu steigern. Kommen wir nun zum Gearbox. Die Gearbox ist hier komplett aus Stahl gefertigt. Auch der Motorkäfig hinten, was natürlich der Stabilität zu Gute kommt. Hier schön zu sehen auch der ICS 3000 Motor, der ordentlich Power bringt und ab Werk jetzt neu verlötet bereits ein MOSFET. Schauen wir ins Innere der Gearbox. Im Inneren befinden sich hochwertige Stahlgears, die Bevel und Pinion Gear bereits pulververstärkt sind. Dann haben wir einen normalen Messing Zylinder, ein Metall Zylinder Head und ein Kunststoff Nussel. Die Pisteneinheit hier ist ICS typisch hochwertig verarbeitet. Wir haben eine Kunststoff Piston Head mit sechs Kunststoffzähnen und sieben Stahlzähnen. Am hinteren Abschluss befindet sich dann noch der Kunststoff Piston Head, der das Ganze mit acht Ventilationslöchern abdichtet und das Spring Guide, der hier aus Stahl gefertigt ist, arbeitet in Verbindung mit der 120er Feder einwandfrei. Kommen wir nun zum Lauf. Der Lauf ist ein 6,04 Tuning Lauf von ICS. Mit Verbindung mit der Hop-Up-Kammer bindet das sehr gut ab und lässt sich bequem durch das Rädchen einstellen. Kommen wir nun noch zum Schuss und zum Chronotest. Wir haben das ganze Test geschossen auf 35 Meter mit 0,25 Gramm Bio-BBs. Gekront haben wir das ganze mit 0,20 Bio-BBs. Was dabei rausgekommen ist, das zeigen wir euch jetzt. Kommen wir nun zum Fazit von der M1 Garant von ICS. Was machen wir sozusagen? Also wie gesagt, es ist ein sehr schönes, klassisches Gewehr. Die Optik macht auf jeden Fall übelst was her. Die Internals, wie wir gesehen haben, beziehungsweise die Schussergebnisse sind auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, fast ein wenig im gehobenen Bereich. Die Verarbeitungen von der Waffe sind tadellos. Lediglich bei uns ist aufgefallen, dass wenn wir den Abzug drücken, der Upper Receiver leicht nach hinten rutscht. Aber das sind Kleinigkeiten auf meckern auf hohem Niveau, sagt man immer. Ansonsten, wer die 469 Euro für diese Waffe übrig hat und möchte sich einen Wunsch erfüllen, der kann auf jeden Fall zu dieser Waffe greifen. Ich finde sie auf jeden Fall sehr schick und auf jeden Fall ein richtiges Liebhaberstück. Das war es von mir, von uns, zur M1 Garant. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da oder einen Daumen. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Links zu der Waffe, alles in der Videobeschreibung. Und jetzt das klassische Tschömedö, euer Holbi FV. Macht's gut. Und jetzt lange oben oben. Von uns? saw Vielen Dank.